Ah, schön, dass du eingeschaltet hast. Genau passend, denn ich möchte auf meinem Kanal ein neues Projekt starten, nämlich Dead Island. Ja, ich möchte nicht lange rumreden und ich habe mir einen Charakter gewählt. Ich werde den Logan sein und ich wähle den aus und wir starten dann direkt einmal. Okay, dann bin ich jetzt gespannt, was passiert. Huch. Okay, was ist denn hier los? Ähm. Hübsches Hotel. Also, ich will eigentlich gar nicht rausgehen. Ich fühle mich hier pute wohl. Hübsches Badezimmer. Aber es scheint hier irgendwas nicht richtig zu sein. Okay, hier ist... Ist hier irgendjemand? Hier ist nur so eine Warnansage die ganze Zeit, okay. Das heißt nichts Gutes. Wo sind die Inselbewohner? Oh, immerhin habe ich eine Taschenlampe. Wie schön. Okay, die Tür scheint zu zu sein. Dann brechen wir die eben mal kurz auf. Na, komm, einmal noch. Perfekt. Hallo? Ist hier jemand? Äh. Sind überall Taschen? Mist, ich komme nicht raus. Verdammt, was mache ich jetzt? Ist hier irgendwas in den Rucksäcken drin, was ich gut gebrauchen kann. Hm, nee, ich habe nicht so das Gefühl. Was ist hier los? Hübsche Insel. Gute Aussicht eigentlich. Hi. Okay, da sind Leute runtergefallen. Das heißt, glaube ich, echt nichts Gutes. Hallo? Erstmal Taschenplündern hier. Ich könnte ja aus Taschendieb arbeiten. Äh. Ein Aufzug. Der scheint auch nicht mehr zu funktionieren. Na toll, super. Das kann ja nicht mal den Aufzug runterfallen. Funktioniert der hier noch? Nee, natürlich auch nicht. Schön. Äh. Na klar, jetzt wo ich drin bin, funktioniert der auch. Einmal. Oder er stürzt einfach ab. Oh, oh. Was ist mit dem Hotelbesuchern passiert? Die scheinen nicht ganz so gesund zu sein. Glaube ich. Okay. Search in the maintenance storage room on the end of the corridor. I would move before I were you. Now. Ja, okay. Mach ich. Du Scheiße. Was ist hier passiert? Let me open this puppy up. Sieht echt nicht gesund aus. Ich brauche irgendeine Waffe oder so. Irgendetwas, womit ich mich wehren kann. Aktuell habe ich ja nur meine Hände und meine Beine. Echt nicht. Gut. Hast du was? Nee, nur Geld. Ehrlich gesagt, siehst du auch nicht so ganz so prickelnd aus. Ja, 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 ja. Ah, ja, 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 ja. Uuuuuh. Das war knapp. Oder das ist echt verdammt knapp. Ach, du heilige. War das knapp. Okay. Wo bin ich? Oh, mein Kopf, der tut so weh. Hallo? Hat der mich fast umgebracht? Was ist das für ein Typ? Okay, hi. Was geht? Wird ihr mir sagen, was hier los ist? Hallo? Hallo, ist hier irgend... Ja, ja. Das ist übrigens eine Selbstverständlichkeit, dass jemand mein Leben rettet, möchte ich mal so anmerken, ja? Ich schau mich mal hier mal ganz kurz um, ob ich hier irgendjemand finde. Hallo? Ist hier jemand? Oh mein Gott, was ist er tot? Hilf ihm! Hallo? Hallo? Es spricht keiner mit mir, was ist das? SOS! 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 Ihr könnt mich mal, wisst ihr was? Ja, ich muss raus! Ja, dann ne Waffe, ja. Hier. Reicht das? Nein! Zombie! Au! Oh, tat das weh! Nee! Ah, verdammt! Oh, oh! Oh, oh! Bleib bloß weg! Bleib weg! 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 Haut ab! Haut ab! Haut ab! Nö, 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 nö! Haut bloß ab! Hier ist auch noch mal einer! Hör auf aufzustehen hier! Es scheint clean zu sein, okay. Ey, kannst du mir sagen, was hier passiert ist? Sag mal, hast du mir das Leben gerettet? Das ist der letzte? Okay, dann. Danke, Leute! Akt eins! Akt eins! Wir wurden gerade attack. Hör, dein Freund aus dem Hotel ist awake. Du war richtig über ihn zu sein. Wenn es nicht für ihn wäre, wir würden es nicht gemacht haben. Vielleicht können wir jetzt rausgehen, bis die Hilfe kommt. Es gibt keine Hilfe. Das Ding kann nicht stoppen. Ich habe gesehen, wie es dauert mein Leben. Du musst da rauskommen, und ich kann dir helfen. Ich kann dir helfen. Ich kann für die Transporte. Mit Luft. Mit dem Meer. Mit dem Meer. Aber erst, du musst da rauskommen. Mit mir. Ich habe viele sick und injured hier, mate. Sie sind verrückt mit Angst. Sag mir, wo du bist. Wo bist du? Du bist da, mate? Hallo? Hallo? Oh Gott, verdammt. Ich dachte nicht, du wirst es machen. Du wirst sie alle töten? Ich fühle mich besser. Okay, wir haben den Protolog abgeschlossen, wie es aussieht. Ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Ich feiere das Spiel jetzt schon. Ja was? Ich schaue mich mal hier noch ein bisschen um. Ob es hier noch irgendwas gibt. Vielleicht treffe ich ja noch Leute, die mit mir reden. Außer dir. Die reden nicht mit mir. Warum auch immer. Oder? Hallo? Nö. Hallo, ist hier irgendjemand? Der mit mir redet. So, und nun sind wir wieder zurück. Hallo? Ist hier irgendjemand, der mir was zu der Sache hier sagen kann, was hier passiert? Äh, wer ist denn da? Hallo? 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 Ah, hi. Ah, da seid ihr. Hey. Hey, ich dachte, endlich redet mal jemand mit mir. Hey. Ja, darf ich vorstellen, der Eisenbahner HD, a.k.a. Eisenbahner zu 18 hier war. Und die Nadonia, die ist auch dabei. Wie versprochen. Genau, und bei mir, äh, von meiner Seite auch, hier Nadonia und der Charlie. Ja, der ist ganz, ganz neu dabei, der hat einen neuen Kanal mittlerweile. Genau, ähm. Der Charlie. Genau, wir, alle, die das nicht wissen, wir nehmen auch, äh, wir nehmen quasi unsere Ansichten auf separaten Kanälen auf. Wir werden uns mal gegenseitig in die Videobeschreibung verlinken. Deswegen würden wir uns freuen, wenn ihr da auch mal noch mal vorbeischauen würdet. Und ich würde sagen, wir gehen mal raus in die... Ja, gehen wir raus. Das ist eine gute Idee. Auf jeden Fall müssen wir ja mit dem da labern, oder? Ja, sieht so aus. Glaub schon. Ja, servus. Ja, du bist. Die Radion, der mich in der Hotele sagt, dass du bei der Hotelen hast. Aha. Sagst du, dass du mit dem Sähter bist. Ich glaube nicht, aber dann habe ich dich gefunden. Und das hast du gesehen. Ich habe die Blutstöcke. Aha, aha. Du hast keine Symptome, aber es gibt keine Blutstöcke, aber Es gibt keine Blutstöcke. Ich weiß nicht, wer du bist oder wie du den Radion bist. Aber er ist unsere einzige Bühle mit der Bühlein. Und wir bleiben immer gleich den Bühleiden. Ja, du bist. Ja, sicher. We need to move everybody to the main lifeguard station, there is an ambulance there and more equipment and a stronger radio with an antenna. I hate to ask, but we can't do this without you. Can you help me? Yeah, let's start now. Yeah, let's do it. First off, we need a Nexus-Card to get past the security gate. Mine's in my room, with all the commotion, I forgot to take it with. It's in Bungalow Eleven, by the pool. Take a weapon and watch yourself. You may be immune, but it doesn't mean you can't die. I can't. I can't. Ugh, people. I don't want to take a fuck out of me. I don't want to take a fuck out of me. Meister Scheme. Apropos, people, what we have forgotten. 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 That they may have forgotten. Go. Go get it back. Go get it back. 그럼,겠습니다, right? Go get it back. Yeah. Go get it back. Yeah. Go get it back. First off. You will just get it back to Saturday. wie spielen wir es sagst du wir spielen dieses spiel so viel spaß macht genau also bei uns heißt es sich so hier und einmal nachladen und ihr seht ja hier geht es um den spaßfaktor und wir werden natürlich unterhalterisch jetzt mal durchspielen der da und dem da und ja mit der alten hier vor mir ja aber erst mal machen wir uns mit und ich ja jetzt soll von jetzt zu dem uns ein paar fischte schießen oder so laut der lichter oder fisch im wasser wie vorhin die machen also was ist jetzt eigentlich gesagt ja müssen irgendwie für den typen was machen ganz kurz ganz ganz kurz ich muss einmal die optionen wie muss man die optionen ach ich trinke erst mal ein energy drink ja perfekt und jetzt geht's schon weiter ich würde ja echt gerne wissen was hier passiert ist passiert ist das kann ich ja schon sagen was das ist der c-virus das ganze c-virus ne sagt bloß du hast nie resident evil gespielt nein dann wird es aber mal zeit dass wir mal resident evil 6 zocken da wird es echt zeit ich hoffe du hast es bleibt ein rätsel aber das ist ganz schön in die treppen rein ja jetzt war schon eine frage du siehst aus wie eine frau klingst aber nicht wie eine frau ich habe mich um operieren lassen das ist der grund weißt du es so fragst da müssen wir lang und du und du na na hi 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 servus ja ich habe mich kapiert ich habe fans hier jetzt geht jetzt geht es um schießen jetzt gibt es hier spielers die trifft nicht attackiert ich habe jetzt ja jetzt gibt es ruhmensch ich habe noch nicht so schnell gerannt wie jetzt unser film ist ja ich habe richtig schön mit steppenschuhl mit dem das verlacht wenigstens einigermaßen wenn man ein bisschen drin ist dann neben ach ist die messer immer treten die viecher da sie fix hinter mir oder es ist jetzt echt stressig ich dachte das wäre das therapie urlaub und entspannungsurlaub jetzt aber wenigstens ein messer dachte ich auch ich wollte nur urlaub machen und dann mache ich im hotel auf und kein schwein mehr da wollten wir einfach mal einen schönen urlaub machen sag mal nach dingster island flogen und jetzt haben wir den scheiß einfach was soll das aber kriegen wir das geld eigentlich wieder erstattet gute frage ich glaube nicht ich glaube nicht wenn wir jedoch als sachbearbeiter hier finden würden ja wieso rennst du eigentlich weiter wenn ich eben nicht bin ich selbst aus ja du nicht fucking essen wie für mich aber darf man das überhaupt sagen darf man das sagen wir könnten aus taschen die wir arbeiten ist so geil wir haben eine kleine berufung hier zum hauen ist schon wichtig apropos durst nein ich habe keinen durst er schnappt wieder an also so sind wir noch nix wir tun einfach kuppeln gucken kuscheln manchmal sollte es aufgefallen ja das mag ja in der es war schon ist in der hitze kuscheln scheiß geht man schön ich bin schon wieder an ich bin schon wieder an Ich geh da nicht ins Wasser rein. Definitiv nicht. Das ist schon ein bisschen eklig. Du fällst ja da noch was ein, gell. Was? Du bist ein Mucki. Stell dir mal das Wasser rein. An. Boah, geile Mucki da. Ui, mein Lieblingsfernsehsender. Wie geil. Das ist meine Lieblingssendung. Mucki fässt ja richtig. Yeah. Mmh. Hm. What the hell is wrong with this place? This is Roger Howard on a special assignment on the island of Banoia. Das wird nichts. Was haben wir denn da? Toll, jetzt höre ich mir eine Aufzeichnung an. Ja komm. Nicht schon wieder. An. Aus. Geil Alkohol! Mein Gaming-PC! Wo? Ja, hier! Mein Gaming-PC! Wie ist er ja? Ah! Ah! Nein, das ist mein Film so. Wie ist dein Blitz-3-Monitor? Wie ist dein Blitz-3-Monitor? Dieser Dude schon tot, ja? Was? Ah, ich habe gerade einen Typen beklaut. Hm? Was machst du denn? Keine Ahnung, ich komme hier nicht mehr weg, weil du im Weg stehst. Achso, Entschuldigung. Ja, ich stehe da einfach im Weg und, und wie so blöder, gell? Was muss ich denn machen? Äh, was müssen wir uns eigentlich machen? Äh, mit dem quatschen eigentlich, gell? Wer mag denn das was denn? Ich nicht! Na, du brauchst da eh schon drin, als ich ginge da. Oh Gott. Why wouldn't you listen to me? My wife? My dad? Oh fuck! My own fucking brother. Jesus Christ! What else could I do? Let him kill me? Gott. Fixe, jetzt bleibt's halt einmal stehen und du hör auf zum Rumblären. Wieso? Stört her? I had no choice! Yeah, das wissen wir. komm jetzt geh mal von ihm, der geht mal so auf den Sack, pfiat die jetzt, pfiat die der geht mal so auf, was, der kriege ich, na der kriege ich den Hals, na der kriege ich den Hals, oh oh, oh 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 Wir haben natürlich wir können sch thighs mit dek handlos dein gameeld ich hab jetzt gar nicht gesehen ich hab jetzt gar nicht gesehen ich hab sie fix jetzt jetzt auch jetzt auch das macht so viel bisschen sm ich verzweifle ich verzweifle da gehts lang ich hab das an die nächsten schießen jetzt gerne treffen den hammer headshot oder cool da ist eine ob du mich jetzt erst auf alleine gelassen die ich habe erstmal pfandflaschen aus dem mülltonen geklaut wer weiß kann ja nützlich sein hat wer hat jetzt mein ding abgeschossen was soll denn das ich hab keine munition mehr das war mal alte das war mal alte ja so schockt's auch aus komm mensch wo du wirst nicht geh ich kann mal schmier wollen ich weiß ja niemand immer sicher gehen man ist ja wunderbar es hat sie wieder schnell warum das liegt an den schuhen hast du auch die schuhe an du hast einfach runter rollen einfach rollen lassen du hast du dich du hast du dich nennst du mich fett du du war man nicht hier schon ne ja jetzt geht's da rein und ach so was mussten wir eigentlich machen du hast du schon wieder wir ja wir brauchen er braucht ein move zerkehrt move dann tanz mal würde ich sagen machen wir den move move was sagt er machen wir den move ja da na vielleicht er hat mir jetzt da ausgesperrt hallo na du bleibst draußen wo gehst du auch nicht ja servus ok ready to go out there again ja ja station und was sagst machen wir es ja hallo haut denn nicht mensch der arme das wird aggressiv jetzt zeh doch mal auf mensch machen wir es jetzt ja 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 mein gott und stattdessen man macht's na warte man zehn minuten ja ja exodus geht zum rettungsschwimmerturm und erledige alle untoten in der Gegend ok so setze bereit aber ja das wird ja graus gell warte mal hat er gerade gesagt alle untoten töten da müssen wir uns ja selber töten weil wir sind ja untot na untote sind ja tote die eigentlich doch nicht tot sind und tot sind doch leute die nicht die leben ich weiß auch nicht ja ha du 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 jir ich komm doch mal ganz langsam hüten hallo jetzt hallo weg mit dir ins bisch sie fix Geh mal so auf den Keks. Geht's denn da lang? Äh, da ist hinter dir. Hinter dir, ja. Die waren auch nicht. Pants immer. Schlimm, echt. Hinter dir, glaube ich, oder? Alles gut, alles clear. Pants, die sind schlimm. Die greifen sich sogar von hinten an. Jetzt hab ich ja eine Meldung bekommen. E zum Treten. Ja, mach ich schon die Einzelteile. Ah, das haben wir jetzt. Oh, ja. Oh. Ja, lad erst mal nach, bis du... Luder. Bist du ein Luder. Ah, das nachladen ist so nervig, gell? Ich hab gar keine Munition mehr. Ja, du... Du hast hinter dir, äh... Sie steht doch... Au! Eine Schnecke hat mich geschlagen. Du, du, du darfst du es. Mal freien, du. Jetzt nimmer. Sag mal, geschehen, du. Geschehen, du. Geschehen, du, Leid. Willst du kommen mit mir? So. Na? Wisst ihr, wir kennen dich gar nicht. Bist du. Bist du denn, du? Ja, schlimm. Oh, wie der geht. Schau, wie hohnäßig der geht. Schau mal. Na, also mit dem gehen wir nicht mit. Nein. Schau mal, jetzt gehen wir mit dem da rein. Vielleicht ist das jetzt Aki oder so. Oh, geil, mein Büro. Herzlich Willkommen bei MacDove. Ihre Bestellung, bitte. Warum? Das ist ein Surfer-Shop. Achso. Nee, jetzt ist es ein MacDove. Oh, ich habe ein Buch gekriegt. Ich auch. Jetzt habe ich ja ein Ding, eine Rungen schafft, oder? Nein. Also, auch Freunden hätte auch können. Also, das ist ja... Uh, eine Werkbank. Uh, Müll am Boden. Uh, Blut am Boden. Take whatever you want, hat er gesagt. Ja, dann. Mach mal. Ja, geil. Preparieren. So. Upgraden. Ja, tun wir unsere Küchenmesser ab. Ah, jetzt geht's so fest. Da, nochmal her. Küchenmesser upgraden. Ja, warum nicht? Es ist eine Hausfrau, ja? Warum nicht? Ja, eben. Ich bin eine Hausfrau. Du hast es gesagt. Ich bin eine Hausfrau. Also, Brecheisen kann ich jetzt auch nicht mehr upgraden. Äh... Irgendwasch, echter Kerl. Oh, ey, ja. Ich bin eine Frau. Äh... Ich kann mein Küchenmesser nicht aussuchen. Das ist zu traurig, oder? Ne. Hast du doch keine Hausfrau-Qualitäten? Ah, leid. Wir machen mal später. Guck mal, da gibt's ja Lappen. Hier, für dich. Wo ist ein Waschlappen? Na, da, im Schrank drin. Ah, da. Super. Ja. Können wir noch putzen, ja? Den muss noch mal her. Ein Küchenmesser, wie geil. Den muss noch einen imaginären Schein putzen. Ich habe ein Küchenmesser gefunden. So, weißt du, da an der Tür so... Jetzt sind wir Verrückte. Jetzt hat er mein Messer da geklaut, der, oder? Oder denn? Da. Ja, der ist mir da. Gehen wir jetzt. So, was ist jetzt? Ah, jetzt müssen wir wieder hier, oder? Äh, ja. Doch. Dahinter müssen wir, oder? Oh, ich bin schon wieder alleine gelassen. Nein, ich gehe da nicht. Wo ist die? Oh, ich habe ein Küchenmesser. Oh, oh. Pass auf. Leg dich nicht mit meinem Küchenmesser an. Ja. Oh, der ist so schnell tot gewesen. Ja, der war schnell. Der ist ja ein bisschen aggressiv hier, oder? So, Flix. Hi. Flix, D. Magst du mein Messer anschauen? Ist doch toll, oder? Pass auf. Die wollen alle mein Messer sehen. Du gehst jetzt vor. Du stichst alle ab und wir schießen alle. Oh, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Pass auf, Mensch. In Arsch, nein. Komm, in Arsch. Stichst. Jetzt auch. Schau mal, jetzt auch. Wo ist der nächste? Wo ist der nächste? So, jetzt auch. Besenstiel. Ich würde jetzt keinen Besenstiel nehmen, dann sind wir die drei Hausfrauen mit... Jetzt auch. ... mit ein paar Haushaltswaffen. Wo ist der nächste? Ja, schau mal her. Ah. So, jetzt... ... den wir mal operieren, oder? So. Arsch, was wollen, oder? Du weißt, du brauchst dir einen Hax, oder? Bei mir ist eine Horde, übrigens. Wo? Da haben wir ein Messer, da waren wir nicht gerade einmal im Messer dafür. Dass wir das machen können. Aber mit dem Paddel wird das nichts. Äh, so. So, jetzt ein Arsch. Aua. Ist die... Was hab ich den Frauen getan? Nee, was tut. Ich hätte mit denen kein Date haben sollen, glaube ich. Ja. Oh, oh, hinter uns, halt. Hinter uns. Ja, jetzt sind wir im Arsch. Ah. Jetzt sind wir fertig. Heilbocker. Hat mir so eine mitgeben, die Bitch da, die. Man hört so, so, war, Alter. Hör auf. Stan. Das hört sich nicht gut an. Wir müssen da, glaube ich, hoch. Du, jetzt kriegt das so vorne mit, da, der voll. Erwartet mal. Kammer gleich. Er kommt mit, es geht. Äh. Aber was, das geht nicht mal. Was? Komm, jetzt kriegen wir. Ich gebe mal ein bisschen Gewalt an den Zombies auslassen. Mensch. Aber mit dem Paddel wird das nichts. Leid mit dem Paddel wird das nichts. Wo drödelst du rum? Was? Wir warten ja auf dich. Wo bist du noch? Wo seid ihr noch? Treppen-Affekt. Ach so. Au, shit. Eee. Ah, da seid ihr. Da seid ihr. Schau mal, wie ihr die Treppe runterrutscht. Der lebt, glaube ich, noch. Oh, ja. Jetzt auch. Komm. Gib ihm. Friss Schuh. Ja, komm, noch welche geht's. Zwei, glaube ich. Ja. Mitten ins Gesicht gehauen hier. Ja. In your face. Oh, gleich mein Energie. Ah, okay. Jetzt ja da. Ich mach mal alles. Ach so. Ja, wenn's. So. Nicht aufmachen, nicht aufmachen. Versuch doch mit meinem Küchenmesser durchzustechen. Du bist da ausseh. Ich sag mal, ich kann die Milition. So, der Revolver, der geht mir jetzt langsam auf den Sack. Jetzt wird's nochmal Zeit für was Gescheites da. Mensch. So, da hinten. Komm, jetzt. Schießt sie überhaupt was? Ja, ich hab gerade geschossen und nachgeladen. Und du da hinten? Machst du? Ich hab keine, ich hab gar keine, ich hab keine Munition. Ja, ich hab keine Munition, oder? Ah. Ja, dann. Dann nochmal Glanzproblem. Bäm. Ach, kann man mal sehen, oder? Bäm. Beg mit dir, bitch. Lumpen? Ist doch so. Servus, hallo. Ich möchte Pizza bestellen. Oh, jetzt ja. Jetzt geht's. Oh, ja. Wir haben so Reuche. Essen ist fertig. Mh, lecker. Bisschen fahren ab, würde ich mal sagen, oder? Der schaut nur fresh aus. Der schaut nur aus. Oh. Jetzt ja. Oh, jetzt haben wir ein Problem. Die müssen wir ins Ferti machen, oder? Jetzt müsst ihr schon. Ja, ja. Die liegt da. Ich bin da so auf die Hose. Kommt da mal rein? Jetzt ja. Oh, ich schiebe mich noch nicht so. Was ist denn das für ein? Ist das so ein C-Virus-Metant, oder? Ja, glaube ich auch. Jetzt ist er gleich hier. Jetzt ja. Jetzt ja. Oder, Hammann? Komm. Da auch mal noch gleich hin. So. Oh, hi. Oh, hi, na? Oh, schlackere. Oh, geil. Ich bin hier. Süße. Oh, oh. Oh, ich geh schon. Oh, ja. Raus. 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 Locken wir dich mal raus, oder? Komm mal her. Komm her. Ja, komm. Jetzt halt. Komm her. Komm her. Oh, oh, oh. Das ist der andere. Das ist der andere. Das macht man anders. Mit Leckerlis. Achso, ja. Hast du welche? Nee, die Leute. Ich dachte, du hast die mit. Na, mir sind die Leckerlis. Na, der Manuel ist das Leckerli. Ja, schon. Du bist in so. Ich lebe ja noch die Leute. Ach, wie ging sie? Ich hab' ja mal'n Schlagring. Das war. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Wie ging das nur mit dem Licht? D. L. Tee. Was? Äh, was D. T. 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 Oh, die wie Taschenlampe. Da liegt ein Fackt ins Facken mit da. Sieh fix. Da. Wo? Mei, wo ich das auch hab? Wo haben wir das? Ja am Tisch. Ja weiss ich ja nicht. Komma, super. Okidoki. Geh mal. Alles klar. Suppi. Na ja, häuten. Häuten, häuten, häuten. Ach so. Hoch mit dir. Hey, nimm uns mit. Oh oh. Nimm uns mit. Nimm uns mit. Nein, nein. Nein, nein. Ich will da bleiben. Oh. Herredise. Herredise. Ich werd grade von Exfrauen angegriffen. Die deine Alimente holen. Ja. Schon länger kein Unterhalt mehr gezahlt. Ja, kommt jetzt. Du. Ladies. Sau du. Ne, der Mund. Heute hat er direkt. Na Spaß. So. Du machst den drüben jetzt. Okay. Ah. Let's see you get up now. Let's see you get up now. Der war's. Let's see you get up now. 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 Kim. Ah, jetzt. Ah, Leute. Jetzt gehen wir uns, schau. Die kommen mit dem Auto und wir mussten laufen, oder was? Die kommen vom Bau. Kann doch drauf. Ja, dann haben wir das auch geschaffen. Die Zeit ist schon lange, lange, lange um. Oh, oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Dann singen wir uns in der nächsten Folge. Genau. Und falls euch die Folge gefallen, dann könnt ihr uns gerne ein Like und ein Abo da lassen. Das würde uns richtig freuen. Und... Das so super ist. Hm? Jetzt kannst du wenigstens mein Abspann nicht mehr machen. Das ist 1A. Und ich kann mich zurücklehnen und... Oh, passt. Ja, genau. Falls euch die Folge gefallen, dann könnt ihr gerne ein Like und ein Abo da lassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Dead Island. Bis dahin. Ciao, ciao.